Was ist? Hättest du mich nicht in diesen Konferenzraum mitgenommen, dann müsste ich jetzt diesen Mist nicht machen und hätte mir mein Auge nicht unten in der Hotel-Lobby an dieser scheiß Säule gestoßen. Wird schon dick. Ich könnte doch vielleicht einfach so schauspielern, als wäre ich ein richtig guter Security-Mann, oder? Ja, genau. Ja. Bis gut. Mein Freund, ich werde dich mit meinem Leben beschützen. Was soll das werden? Wir durchsuchen das Zimmer nach versteckten Kameras. Die Dinge können ganz schön klein sein. Also, die Kameras meine ich. Ich ziehe mir jetzt mal was an und begrüße meine Fans, die seit Stunden auf mich warten. Holger! Manchmal sind solche negativen Kommentare eigentlich Drohungen, die man ernst nehmen sollte. Stell dir mal vor, jemand gibt dir was Vergiftetes zu essen und du stirbst am Ende. Endlich seid ihr wieder da. Was ist denn hier passiert? Du solltest doch auf Holger aufpassen. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch kein Security-Mann. Ich hätte wissen müssen, dass du Scheiße baust. Hättest du mich heute nicht mitgenommen, dann hätte ich auch keine Scheiße gebaut. Hast recht. Es ist meine Schuld. Ja. Endlich gibst du es mal zu. Ich gebe dir mal einen Rat. Versuch erst gar kein Schauspieler zu werden. Warum? Weil dein Schauspiel Scheiße ist. Schauspieler zu machen. Holger, bist du da drin? Holger, hast du geklappt? Ich mache es nie auf, dass in die Apern wir es gerade. Also hier ist er nicht drin. Herr mal, Richard. Oh Gott, es tut mir leid. Ey, aber dann findest du auch, dass mein Schauspiel gar nicht so schlecht ist? Ja, ja, ist gut, ist gut. Gut. Dann, ähm, Partner, lass uns den Mistkerl jetzt finden. Warte schon. Das ist mein bester Freund, du Bitch! Ich bin nicht 50. Ich bin 48.